Bei Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer kriselt es. Das liegt jedoch nicht nur an seiner Zockerei, es gibt noch ein anderes Problem, das auch die Kinder betrifft. Am Mittwoch meldete sich Lavinia Wollny mit einem unschönen Update. Wir hatten nen Abend und ne Nacht mit, hey Lee, das könnt ihr euch nicht vorstellen, so die zweifache Mutter. Nun sei es 12.24 Uhr und ihr Kind schlafe immer noch, da sie bis eine Uhr morgens mit ihr wach gewesen sei. Ich hab gestern Abend einfach nur noch zu Tim gesagt, Schatz, weißt du was, ich schlaf mit der im Bett und schlaf du bitte auf der Couch. Das hat einen speziellen Hintergrund, denn mit Freund Tim Katzenbauer gibt es ein Problem. Tim ist so ein Spezialist dafür, den muss man 80.000 Mal morgens wecken, und wenn ich dann über der Kleinen hänge und die ganze Zeit sage, Schatz, steht auf, Schatz, steh auf, dann fühlt sie sich angesprochen, und dann steht sie mit auf. Nach kurzer Trennung. Neue Probleme zwischen Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer. Erst kürzlich hatte Lavinia Wollny Beziehungsprobleme mit Tim öffentlich gemacht, und in diesem Zusammenhang auch die geplante Hochzeit der beiden abgesagt. Wie sie in der letzten Folge der 16. Staffel von »Die Wollnys« enthüllte, soll sich der Vater von Hayley und Linus nämlich nicht mehr richtig um Lavinia gekümmert haben. Stattdessen verbringe Tim sehr viel Zeit vor seiner Konsole, vernachlässige so die wichtige Beziehungspflege. Lavinia Wollny löste wegen des Streits nicht nur die Verlobung, sie zog auch aus der gemeinsamen Wohnung aus. Am Ende konnte der Streit geklärt werden, Lavinia und Tim sind noch beziehungsweise wieder zusammen. Ob »Motte«, wie die kleine Hayley Wollny auch genannt wird, krank war oder aus einem anderen Grund nicht in den Schlaf fand, verriet Lavinia in ihrer Insta-Story nicht, nur, dass durch die Situation beide Elternteile an ihre Grenze stießen. Gegen 13 Uhr wolle sie das Kind dann aber doch wecken, ich will ja nicht ihren Schlafrhythmus kaputt machen. Etwas später dann die gute Nachricht. Die Kleine war erwacht, der Tag konnte beginnen. Mit »Papa Tim« stand dann erst einmal lustiges Seifeblasenpusten auf dem Programm, dann ein Spaziergang, ein Einkauf mit der ganzen Familie, sowie eine zweite Spaziergerunde, sodass Motte ein bisschen laufen kann und ein bisschen auspobern kann. Das Kochen musste Lavinia Wollny am Ende weglassen, denn sie war nach dem straffen Tagesplan total erschöpft. Ihre Strategie ging glücklicherweise auf. »Die Kleine schläft, sie war total kaputt von heute, ich bin auch mega kaputt, ich schaue jetzt noch ein bisschen Serie, und dann gehe ich auch schlafen«, berichtete sie um 20.40 Uhr. Heute, am Donnerstag, sieht die Welt schon wieder besser aus. Darüber, ob sich die Situation mit Kim Katzenbauer gebessert hat, verlor Lavinia Wollny nach dem Staffelende noch kein weiteres Wort. Ihre Story zeigt jedoch, dass die Beziehung nicht immer ganz einfach ist. Wir sind gespannt, ob das Paar am Ende vielleicht doch heiratet, oder sich eines Tages leider trennt. Wir halten euch auf dem Laufenden.